Mit der S30 R3 bringt Olight eine Taschenlampe mit wenig Gewicht und einer beeindruckenden Leistung von 1050 Lumen auf den Markt. Mit einer USB-Ladestation lässt sich die Taschenlampe aufladen. Durch einmaliges Drücken und Halten werden die Leuchtstufen nacheinander durchgeschaltet. Sehr komfortabel und durchdacht ist auch die Memory-Funktion. Die zuletzt gespeicherte Leuchtstufe bleibt beim Wiedereinschalten der Lampe erhalten. Die S30 R3 ist eine taktische Taschenlampe. Besonders gut finde ich den Moonlight-Modus, mit dem die Lampe mit 0,5 Lumen bis zu 100 Tage durchhält. Und auch den Stroboskop-Modus. Die Lampe, finde ich, hat eine sehr gute Haptik und fühlt sich auch hochwertig an. An der Seite befindet sich noch ein Clip, so kann die Lampe an der Hose, Jacke und auch an dem Rucksack leicht befestigt werden. Aufgeladen wird die Taschenlampe in der mitgelieferten USB-Ladestation mit Magnetfunktion. Auch befindet sich an der Ladestation noch eine USB-Schnittstelle. Und mit dem Magneten kann man die Lampe an jedem metallischen Gegenstand befestigen. Allgemein ist die S30 R3 eine sehr hochwertige und gute Lampe, die ich empfehlen kann. Danke fürs Reinschauen hier auf dem Kanal, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Macht's es gut, Servus, Ciao! Vielen Dank für's Zuschauen!